Ihr vier steht vor Cora Tillers Leichenwagen, Dr. Alexia Gray schaut auf ihr Handy, das jetzt wieder auf der anderen Seite aufgelegt wurde und ihr habt Caroline Austin bei euch immer noch in ihrem Morgenmantel und den Häschenpantoffeln immer noch ein bisschen verwirrt, aber bereit zum Safe Haven zu fahren, die Cora Tiller angeboten hat, ihr Bestattungsunternehmen. Mit einer lauschigen kleinen Küche und warmem Tee. Ja. Wollen wir dann los? Oh, ja, ja, also ich bin bereits, denke ich, schaut in die Runde. Raymond zückt erst mal die zwei Münzen, die er noch hat, von, äh, Caroline. Ähm, ich, ich, ich rechse Cora. Ähm, ja, die ist einmal zurück. Okay, äh, Entschuldigung dafür. Ähm, und holt sein Geldbeutel raus und holt halt, äh, holt noch drei weitere Münzen raus und, äh, ja, für uns auch noch, bitteschön. Schön zu wissen, dass das auch einfach mit Geld geht. Oh, man, man zahlt? Ist es, ist es ein Taxi? Fragt Caroline und guckt auf das Auto. Ähm, es ist schwierig zu erklären. Wir legen zusammen für Sprit. Das ist, ah. Offensichtlich ist es doch einfach zu erklären. Sehr umweltbewusst. Äh, dann, ja, und sie steigt ein, macht sich den Morgenmantel zu, richtet sich die Brille. Gut. Danke. Darf ich hinten drin sitzen? Bevor Charlie einsteigt, nehme ich ihn kurz nochmal zur Seite. Charlie will gerade nach hinten rein und wird dann festgehalten von Raymond. Okay, Kleiner. Du hast mir da unten das Leben gedrückt. So, und, ähm, du musst mir noch sagen, wir sind quitt. Warum? Äh, äh, das ist einfach so eine Sache bei mir, ähm, weil ich hab uns da unten ja auch geholfen, so wie du's gewollt hast. Das, das wolltest du von mir und deswegen sind wir quitt. Ah. Du musst nur noch sagen, wir sind quitt. Was passiert, wenn ich das nicht sage? Dann wären wir ja nicht quitt, aber wir sind ja quitt. Deswegen musst du sagen, wir sind quitt. Ist das eine Sache, die meiner Entscheidung obliegt? Oder ist das so, gibt's ein Maßstab, an dem man entscheidet, wann man quitt ist? Also, naja, der eine tut was für den einen, der andere tut was für den anderen und dann ist man quitt. Deswegen sagt man, wir sind quitt. Müssen die Dinge gleich viel wert sein? Das hängt von einem selbst ab, aber quitt ist quitt, würde ich sagen. Weißt du schon, ohne meine Hilfe wären wir da unten ja auch nicht rausgekommen, deswegen müssen wir quitt. Sag es, Junge. Ich gucke ihm für so ein paar Sekunden sehr intensiv in die Augen und dann reiche ich meine Hand nach oben. Fühlt sich wie eine Minute an für dich, Raymond. Wir sind quitt. Oh, ja. Ich packe seine Hand und schüttel sie. Ja, wir sind quitt. Oh ja, wir sind quitt. Gut. Dann stecke ich auch rein. Charlie steigt hinten ein. Tatsächlich sind soweit alle eingestiegen, Chor, du stehst vorne an der Fahrerseite und Alexia steht immer noch draußen im Regen. Ja. Steigen Sie ruhig ein. Können auch vorne sitzen. Mach die Tür für Sie auf. Ich habe extra Platz gelassen. Tatsächlich gibt mir das ein bisschen Zuversicht und ich würde vorne einsteigen, aber schweigen und denken. Ich fahre und dann fahre ich mehrfach um den Block, werde immer frustrierter und halte dann irgendwann vor einer Kirche in der Nähe des Bestattungsinstituts. Entschuldigung, wir müssen von hier aus laufen, fürchte ich. Warum? Irgendwas hat sich geändert. Woran? An dem Auto. An der Navigation. Sie denkt, die Straße ist gesperrt, ich bin mir nicht sicher, wir gehen jetzt von hier aus, okay? Kein Problem. Ich bin mir sicher, hier gibt es irgendwo Regenschirme. Okay. Ja. Okay. Ich wühle im Handschuhfach. Ja, du hast so einen Knirps, so einen kleinen schwarzen Knirps. Natürlich, ihr seid auf der Rückseite von Sankt Ernst sozusagen, das heißt, es sind fünf Minuten Fußmarsch bis zum Beerdigungsinstitut. Selbst da ist es wirklich nur ein kleiner Nieselregen, der euch entgegenschlägt. Und ja, zu fünft steuert ihr dann tatsächlich am Friedhof Rückseite vorbei, große Mauer mit Efeu über Hong und seht das Tiller Beerdigungsinstitut am Friedhof fliegend am auflängsten. Und das ist tatsächlich auch das, was Cora als erstes sieht, dass der Parkplatz, den du normalerweise belegst mit deinem breiten Geschoss, von einer fast quer geparkten Limousine in metaller Schwarz besetzt ist, ein Mercedes. Und man sieht in den beschlagenen Fenstern sitzt immer noch eine Figur vorne am Steuer, vor allen Dingen durch das Handylicht, was dem Mann dort entgegen leuchtet. Anscheinend ist es drinnen wärmer als draußen, die Scheiben sind beschlagen und er sitzt da, weil die Limousine sehr groß ist, quer geparkt. Ist das ein Privatparkplatz oder? Ähm, nee, aber du belegst ihn schon ganz gern. Also es ist eigentlich unabgesprochen deiner. Mit den Leuten von St. Anne's und auch mit den Friedhofswärtern ist das ein Gentleman's Agreement zwischen dir und denen, dass du da direkt parken kannst. Dann gehe ich dran vorbei, schaue betont darauf, wie diese Person da parkt und auch auf das Mercedes-Symbol. Rümpfe die Nase und gehe weiter. Um das Bestattungsinstitut aufzuschließen. Wunderbar. Ähm, ihr folgt nach? Ja. Ähm, vor deinem Bestattungsinstitut, unter dem kleinen Vordach, äh, stehen zwei Personen. Eine Frau und ein Mann. Er, ähm, hält einen schwarzen Schirm so ein bisschen halb vor dem Vordach, damit der Wind nicht den Nieselregen hineinbläst. Und, äh, sie darunter, äh, eine Mischung aus Galadress und, äh, du wirst sagen, dunklem antiken Gewand. Äh, sie trägt sehr viel Goldschmuck. Ist eine Frau in Mitte 30ern, dunkelhäutige Frau. Und, äh, ja, der Schirm wird ein bisschen angehoben. Ähm, sie schaut von einem, äh, güldenen Handy hoch. Äh, so ein Glück. Miss Attila nehme ich an. Das ist richtig. Und wie sind sie? Äh, Caitlin Van Heuvelen. Äh, CEO von Dijon Computers und Luxor Mode. Äh. Sie sagen das so, als müsste ich das kennen. Oh, wir sitzen hier in Promise und, völlig egal, ein Freund von mir hat mir diese Adresse gegeben. Äh, Mr. Broder. Hm. Ich bräuchte eventuell ihre Hilfe, allerdings... Oh, hatten sie ja einen Todesfall, mein Beileid. Äh. So ähnlich. Ich hab die Tür aufgeschlossen, wink den anderen, dass sie ruhig reingehen sollen. Ich schau an der ganzen Truppe von vier Leuten, die alle super unterschiedlich sind. Hallo. Hallo. Ich würd mich neben Cora stellen, schweigend, und würd die Frau anstarren. Du kennst sie. Ähm, unter anderem dadurch, dass sie auch das Museum unterstützt, mit Geldern. Ähm. Ja, die Van Heuvelens sind hier größere Wirtschaftsmacht. Ähm, persönlich mal ein Shakehands, aber nicht besonders viel mehr. Ich würde zunicken. Dr. Gray. Interessant. Haben Sie kurz Zeit, Miss Tiller? Eigentlich nicht. Hm. Aber wollen Sie auf einen Kaffee mit reinkommen? Oh. Blick kurz zu offensichtlich ihrem Wagen. Äh, dann nuschelt sie was dem Schirmhalter entgegen. Der klappt den Schirm ein, schüttelt ihn kurz nach außen aus und läuft dann Richtung Mercedes. Ein Kaffee wäre nett. Danke. Sehr gut. Sie kennen Mr. Broda auch? Äh. Sie schaut kurz Richtung Salato und dann runter zu Charlie. Ja, ja. Wie gesagt, er ist ein Freund von mir schon etwas länger. Er ist mein Lehrer. Oh. Ja, ich habe gehört, dass er... Ich dachte, er ist sowas wie ein Sozialarbeiter oder so. Hm. Toll. Oh, gut. Und du bist? Charlie. Sie geht auf deine Höhe, Charlie, und schaut kurz. Und du siehst, wie ihre dunkelbraunen Augen kurz golden werden und dann wieder braun. Charlie. Ha. Kaffee werden, sie kennenzulernen. Ebenso, ebenso. Schaut sich um. Caroline steht so ein bisschen verloren da. Zupfelt an ihren Augen. Komm, Caroline. Komm, Caroline. Dankeschön, Herr Salato. Ich gehe halt mit ihr rein. Ja, und ihr kennt die cozy Küche von Cora bereits, Coras cozy Küche. Und ja, ein absolutes Gegenbild von dem eigentlichen Beerdungsinstitut. Gut. Ich fange dann mal an, Kaffee zu machen, ihr Lieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, angesichts der Tatsache, dass Miss Heuvelen einen einmaligen, grauenhaften Geschmack hat und trotzdem sehr erfolgreich ist, dass sie auch nicht ganz normal ist. Ich denke, wir können also offen reden. Ah. Vielleicht wollt ihr ja mal zusammenfassen, was alles vor sich geht. Und ich gehe zu meiner Kaffeemühle, stehe da und versinke in dem lauten... Ich glaube, ich würde direkt zur Sache kommen mit der Miss van Heuvelen und fragen, ob sie in den vergangenen Stunden irgendwas gehört hat, wenn sie so ein bisschen Investorin ist, auch von Kunsthäusern und so weiter, ob irgendwie ein sehr seltenes und sehr wichtiges Gemälde in letzter Zeit in Umlauf gekommen ist, ob sie davon was gehört hat. Und Dr. Gray, ich bin tatsächlich nicht wegen Kunst hier, sondern wie Miss Heuvelen richtig vermutet hat, wegen Tod. Deshalb bin ich hierher gekommen, nicht zum Museum, aber es ist etwas entwendet worden. Na, wo sie schon mal da sind, hat man ja mal fragen können. Selbstverständlich. Ja, es ist etwas entwendet worden. Aber okay. Sehr seltsam. Es tut mir leid. Ich habe noch nichts gehört, aber ich kann natürlich mal meine Kontakte anfragen. Da wäre ich ihnen sehr verbunden. Und du siehst, wie der Daumen kurz übers Display fährt und einige Nummern raussucht und dann gibt es anscheinend eine Nachricht, die gesendet wird, während sie trotzdem weiterhin einmal von Raymond zu Charlie zu Caroline und zurück zu Cora schaut. Ja, das mit dem Bild ist sehr schade, aber die Apokalypse ist wenigstens abgewendet. Ich kann wieder schlafen. Die Apokalypse ist abgewendet. Oh. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Hi. Oh, Raymond Slater. Ich finde ihren Geschmack vorzüglich. Ich ihren auch. Aber ich muss ihr mit der Apokalypse widersprechen. Sie guckt kurz wieder zu Cora. Gut, offen sprechen. Dadurch, dass Esra mich hierher gebracht hat, wird das wohl auch stimmen. Also, offengesprochen, hatte ich in den letzten vier Stunden dieses Tages unangemeldeten Besuch von Verstorbenen. Geister, Seelen. Oh. Was haben sie denn erzählt? Oh, nicht viel. Sie stehen nur da und starren. Als ob sie nicht heimgebracht wurden. Sie blickt wieder zu Cora. Da scheint es halt gar Stau zu geben. Ich verstehe nur so ziemlich schwer, was Sie sagen. Sie erhebt sich. Verzeihung. Warum gehören die Geister zu Ihnen? Oh, ich bin kurz zu dieser Versammlung. Mein Mythos ist ebenfalls mit dem Tod verbandelt. Wer ist hier im Mythos? Schau zu Charlie. Ich werde eine, ich bin eine Art schwierig, Ghoulkönigin, wenn dir das hilft. Das ist cool. Ich sollte mir irgendwann anfangen, eine Liste zu machen. Ich lerne sehr viele Leute kennen, die sehr viele andere Leute sind. Langsam wird es verwirrend. Nitokris, die letzte Verunion der sechsten Dynastie Ägyptens. Und da mein Mythos zwischen Tod und Leben wandelt, habe ich sozusagen eine Verbindung zwischen diesen beiden Sphären, zwischen der hier Welt und der Welt hinter dem Nebel. und deshalb kenne ich auch Eswer gut. Cool. Ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich nicht vom Vordereingang gegangen, aber Miss Tiller darf ich und sie erhebt sich mit einer fließenden Bewegung, geht zu deinem kleinen Küchenfenster. Na sicher. Ihre Expertise kurz und sie deutet auf das Fenster. Ja, ich gehe zum Fenster. Mit einem wunderbaren Blick raus auf den normalerweise malerischen, stillen und sehr beruhigenden Friedhof. Dutzende von durchscheinten Gestalten, der gestern und heute Morgen noch komplett leer war. Du wirst mit dem ersten Blick an die 50 schätzen, die einfach dort stehen. Manche bei Gräbern, manche auf dem Weg dazwischen, manche an den Mauern und sich gegenseitig anstarren. Es sollten eigentlich Leute sein, die schon lange den Weg zurückgelegt haben. Exakt das. Das heißt, sie kehren wieder? Entschuldigung, vielleicht sollten wir mal genau erklären, was Ghul-Königin heißt. In meinem Verständnis nach ist Ghul etwas, das aus dem Tod wiederkehrt. Das ist eigentlich das Gegenteil von meinem Job. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht bin ich das aber auf Anlaufstelle. Ich möchte das aber gar nicht sein tatsächlich. Ich kann mit diesen Seelen nichts anfangen. Im großen Ganzen heißt das einfach nur, dass mein Mythos als unsterblich genannt wird und sich tatsächlich durch eine beachtliche Zeit von mehreren Jahrhunderten lang an die Existenz klammert. Und seit einiger Zeit, knapp zwei Jahrhunderten, sich in meiner Familie festgesetzt hat. Das tut mir leid, aber die Frage ist, haben Sie etwas damit zu tun, dass die Toten wiederkommen? Nein, nein. Ja gut, weil man nicht ja noch fragen dürfen. Wie gesagt, das ist erst seit, ich war in einer Sitzung und plötzlich sehe ich sie da am Fenster und auch im Raum stehen. Und da ich sonst noch keinen Kontakt mit Mitoi des Todes hatte, habe ich erst mal meinen guten alten Freund angerufen. Dein Beratungslehrer. Und der sagte mir, ja, das Problem ist bewusst und hat mich an sie verwiesen. Und nun ja, wie gesagt, ich habe Leute, die ich fragen kann und nicht nur hier, bei Sankt 1 scheint das der Fall zu sein, sondern zum Beispiel auch im Süden, beim zentralen Friedhof und im Haus der Ewigkeit, im jüdischen Viertel, im Nordwesten. Hm. Aber das wird sich seelig gleich löst. Ich meine, wir haben, und ich zeige auf Carol, wir haben ja das Problem gelöst. Ich bin das Problem? Sie ist das Problem. Eigentlich nicht. Sie ist nicht, sie ist nicht zwingend das Problem, aber jetzt kann man wieder schlafen und dadurch werden sich die Leute erholen. Ich meine, das ist ja zur selben Zeit aufgetaucht, deswegen, das hängt sicherlich zusammen, deswegen wird sich das aufgelöst. Entschuldigung, ganz kurz, Carol richtet sich die Brille. Also ich muss gestehen, ich weiß tatsächlich nicht, was mit ihrem Bild los ist. Frau Gray, tut mir leid und was, was das mit dem Schlafen angeht, damit habe ich nichts zu tun. Verstehen Sie, der, der, sie guckt kurz zu Caitlin und spricht etwas leiser, der Pookie Man, mein Mythos, kann lediglich Ängste manifestieren, aber nicht in Schlaf und Träume eingreifen. Die Albträume in der Schlafklinik war ein willkommenes Werkzeug, aber um den Schlaf kümmert sich ein anderer Mythos. Das war nicht ich. Ich, ich, bin nur ein Teil der ganzen Sache gewesen. War ja eigentlich ziemlich offensichtlich, oder? Naja. Nicht für mich. Wie gesagt, ich kann mit Schatten arbeiten und mit Ängsten, aber ich kann niemanden zwingen, einzuschlafen oder daran hindern, aufzuwachen, wie bei meiner Mom. Ja. Weiß denn jemand von uns, wer dafür zuständig wäre? Also ich kenne nur die vier apokalyptischen Reiter, meinen Anime-Onkel und eine coole Frau mit Tattoos. Oh, und jemand, der sehr leckere Kekse backt, backt, gebacken hat. Auch wenn man gefühlt keinen Schritt in dieser Stadt setzen kann, ohne auf einen Mythos zu treten oder von einem getreten zu werden. Ich nehme mal an, da das griechische Pantheon wirklich gründlich vertreten ist, wird irgendwo ein Hypnos unterwegs sein oder jemand ähnliches, aber... Ist das nicht ein Pokémon? Ein... Ja, dachte ich auch. Was denkst du, wonach Pokémon benannt sind? Oh, es gibt Zapdos. Es gibt was? Zapdos ist auch ein Pokémon, das ist nach dem Geräusch von Blitzen benannt. Zap! Ist der Kaffee bald fertig? Ja. Danke. Das ist außerordentlich kreativ, Charlie. Du solltest überlegen, in einem Museum zu arbeiten. Ich weiß nicht, was... Oh, Videospielemuseen gibt's. Das wäre eine gute Zusammenfassung von allem oder eine gute Verbindung. Ich hab drüber nachgedacht, die Schule abzubrechen, nachdem wir jetzt schon so viele Fälle gelöst haben. Ich meine, ich hab mich um die vier apokalyptischen Reiter gekümmert. Jetzt kümmern wir uns hier drum. Meint ihr nicht, dass ich das vielleicht beruflich machen könnte? Nein. Du bist vierzehn. Du meinst Pokémon-Namen erklären? Das ist Teil meiner Expertise. Okay. Ich hab gelernt, es findet sich überall im Publikum. Hm. Jetzt haben wir ein Problem mit Toten. Wir haben ein Problem mit Schlaf. Zumindest haben wir jetzt kein Problem mehr mit Angst. Das ist zumindest schon mal was. Wir haben ein Problem mit Angst. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber meine größte Angst hat sich zufälligerweise bewahrheitet. Dein Bild ist weg. Ja, genau. Das müssen wir auch noch finden, aber das ist eher Diebstahl als... Glaubt ihr nicht, dass, wenn meine größte Angst wahr geworden ist, ihr die Nächsten seid? Nee, der Pokémon sitzt ja hier. Entschuldigung, ich kann mich nur wiederholen. Alles gut. Und... Wie genau funktioniert denn ihre Fähigkeit? Also wenn die, sagen wir, meine Angst wäre, ich verliere irgendwas, was mir wichtig ist. Wie verliere ich das dann? Also ist es dann einfach weg und es ist nirgendwo anders? Es ist dann mal verschwunden? Nein. Also ich kann sie tatsächlich nur vergrößern oder wahr werden lassen beziehungsweise ich kann sie sehen. Also ich kann Ängste spüren und sehen und wenn Manifestationen wie Albträume existieren, dann kann ich sie rausholen. aber ich kann niemanden zwingen zu träumen oder in Schlaf versetzen oder sowas. Das wäre zum Beispiel, wie Miss Tiller gesagt hat, Aufgabe eines Gottes des Schlafes. Die ja nicht fern von Göttern der Toten sind. Also Hypnos zum Beispiel ist der Bruder von Thanatos. Tod und Schlaf. Mal eine ganz dumme Frage. Hattest du in letzter Zeit irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten? Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Boogeyman bei Alexa eingebrochen ist, um ihr Bild zu klauen. Das, eben das nicht. Genau das muss die andere Entität gewesen sein oder eben jene, die uns benutzt und die weiß um die Verknüpfung der Mythos, Mythoi und die, die uns spielt. Also ich habe kein Bild geklaut und ich habe auch nicht, also wenn, habe ich nur und das war nicht ich, die Ängste weitergegeben. Und dafür entschuldige ich mich. Es muss doch irgendjemanden in deinem Kontaktkreis geben. Es ist doch nicht einfach irgendein Mastermind irgendwo und zieht irgendwelche Stippen und sagt sich, aha, die ist der Boogeyman. Ich bin der Bankangestellte, Mr. Slato, wenn Sie kein Konto bei der Bank haben, dann weiß ich besonders wenig über Sie. Haben Sie schon mal mit Farbe an der Wand gesprayt? Das klopft an der Tür. Äh, nein, ich habe noch nicht mit Farbe an der Wand gesprayt. Ich habe die letzten paar Stunden in einem U-Bahn-Schacht verbracht. Hm. Halb schlafend. Hat geklopft. Miss Tiller, öffnen Sie bitte. Kenn ich die Stimme? Nein. Entschuldigung, wer ist da? IRS, Steuerfahndung. Ich wusste, irgendwas kann mit diesem ganzen Gold aus dem Auto nicht filmen. Steuerfahndung. Wie soll die denn? Ja, Cora steht da und lässt so langsam Finger, nach dem Führfinger das Handtuch fallen, also das Küchentuch fallen, mit dem sie gerade noch was abgewischt hat nach dem Aufgießen des Kaffees. Was? Miss Tiller, eröffnen Sie bitte. Ja, natürlich. Was? Nein. Ich lasse nicht die Tür von dem 14-Jährigen öffnen, mit dem ich nicht mehr verwandt bin. Da kriege ich noch gleich direkt etwas anderes hinterher. Gibt es ein Problem mit der Steuerfahndung? Frag Caitlin. Naja, ich reiche. Ich habe schlechte Aufzeichnungen und viele Unternehmungen, die eigentlich nichts, das geht sie gar nichts an. Verzeihung. Ich gehe zur Tür. Ihr alle habt Cora noch nicht so gesehen in den letzten zwei Tagen, wie sie jetzt gerade ist. Und Cora, du machst zwei Anzüge auf. Eine Frau mit kurzen Haaren. Oh mein Gott. Aber es sind Leute drin. Es sind Leute, die sind Anzüge. Es sind zwei Anzüge. Es sind so ernst. Die werden nur abfällige Anzüge genannt. Ja. Er hält dir ein aufgeklapptes Leder-Etui mit dem Ausweischen IRS. Ja, was kann ich für sie tun? Nun, ihre letzte Steuererklärung hat einige Fragen aufgeworfen und die letzten Briefe, die wir ihnen geschickt haben und die Anrufe blieben unbeantwortet. Dementsprechend sind wir hier, um uns ein Bild über ihre Geschäftigkeit zu machen. Der Mercedes gehört Ihnen nicht, oder? Oh, gute Güte. Nein. Würde ich niemals hören. Hm. Es ist tatsächlich der Parkplatz, wo ich normalerweise stehe. Aber wie Sie sehen können, ist das offensichtlich gerade nicht möglich. Entschuldigung. Oh, hätte ich das gewusst. Ich dachte, man hätte einen Anrufes molen. Können wir reinkommen? Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher, ob Sie dafür die Befugnis haben. Oh, die können wir uns besorgen. Selbstverständlich. Sie haben... Dann würde ich darum bitten. Dann geben Sie uns zehn Minuten. Sie verstehen, dass ich vielleicht ein wenig vorsichtig bin, mir vollkommen fremde Personen in mein Haus zu lassen. Selbstverständlich. Danke. Ich kann bis dahin Ihnen gerne eine Tasse Kaffee fertig machen. Oh, danke. Nein. Wir sind geschäftlich hier. Wir trinken keinen Kaffee. Und du siehst, wie sie kurz sich gefreut hat, die Augenbrauen hoch und dann nickt. Nein, wir trinken keinen Kaffee. Wir müssen... Hm. Und... Gut, ich schließe die Tür. Trunk. Ja, zehn Minuten. Hörst du noch? Wir brauchen hier ein 34-9. Pssst. Ein 34-9? Ich gehe wieder zurück in die Küche. Ist das jetzt ein Problem? Danke. Ich weiß, du bist Test 14. Das heißt, du hast wahrscheinlich überhaupt kein Verständnis davon, wie furchtbar das ist. Oh ja. Ich kenne gute Anwälte, Cora. Habt ihr einen Vergleich für mich, mit dem ich mir das vorstellen könnte? Nein, das ist die Art von kosmischem Grauen, von Eldritch-Schrecken, die du einfach noch nicht verstehen kannst mit deinem jungen Verstand. Ja, muss man ja nicht haben. Noch mehr Gründe, warum ich mich nicht darauf freue, erwachsen zu werden. Also es sind tatsächlich einfach nur Agenten von einer sehr, sehr niederen Behörde, die sich für sehr, sehr wichtig halten. Natürlich, ist das gar nicht so schlimm. Tilla? Mein Ablagesystem ist schwierig und ich habe länger nicht mehr mit meinem Steuerberater geredet und ja. Gut. Aber es ist kein Problem, was jetzt akut sozusagen, also es hält uns eher auf in dem, was wichtiger ist. Möglicherweise sind ja meine Schwerpunkte falsch gesetzt, aber ich gebe zu, dass ich mehr Adrenalin jetzt im Blut habe, deswegen, als wegen irgendwelchen apokalyptischen Reitern. Mit apokalyptischen Reitern kann ich umgehen. Dann konzentrieren Sie sich auf die apokalyptischen Oh, der ist ja fantastisch. Danke. Ja, das ist ein ein Wurst-Arabica aus Kutlumbien sollte Noten von Haselnuss und Karamell enthalten. Wir haben Hafermilch im Kühlschrank und ich gehe mal in mein Büro. Es ist direkt nebenan. Dr. Gray, versuchen Sie, Miss Tiller wieder hinzubekommen, anscheinend. Ich kümmere mich um die Tür. Miss Sie überlegen ganz kurz. Nemo. Nein, das ist ein anderer Mythos. Hypnos. Hypnos ist doch ein guter Ansatz. Kennt jemand von Ihnen Liv Simmons? Nope. Kennen wir? Die Kuratorin des Naturhistorischen Museums, Dr. Gray. Ah, das war ihr Name. Ja, ja, ja. Klar kenne ich Liv. Ausgezeichnet. Dann fragen Sie Liv. Liv ist immer eine gute Anlaufstelle. Vorsicht. Wir haben Sie schon angerufen. Ja? Das Bild hätte bei ihr abgegeben werden sollen. Nein, nein, Entschuldigung, das ist Ann Kim, das ist die Galeristin. Ah. Ja. Haben Sie die auch gefragt, ob sie das Bild gefunden hat? Also, haben Sie schon eine Antwort auf Ihre Nachrichten? Sie haben doch gefragt, ob jemand ein Bild gefunden hat. Ich habe nur keine Antwort, nein. Ich habe erst mal Kaffee. Liv Simmers. Ja, Liv Simmers. Kollegin von Ihnen. Natur ist deutsches Museum, nicht Kunstmuseum. Vorsicht, sie hat keinen Mythos, aber sie hat eine sehr interessante Karteikartensammlung. Schön. Suchen Sie Ihren Gottes Schlafes und klären Sie die Sache. Und damit wandelt Van Heuvelin an die Tür und drückt ihr, nimmt einen Schluck Kaffee und drückt dann ihren Kaffee Charlie in die Hand. Und ich nehme Charlie wieder aus der Hand. Er ist komplett schwarz und dunkler als der Boogeyman. Jetzt sind wir quitt. Wir waren schon, aber okay, nehme ich auch. Ich würde mich an Charlie wenden und sagen, hey, kleiner, du bist doch ein bisschen technikaffin, richtig? Ich würde ihm mein Handy in die Hand drücken. Kannst du rausfinden, von wo mich diese Nummer angerufen hat? klar. Und während ich ihm einfach mein Handy da lasse, weil mir ist alles egal, würde ich ins Zimmer von Cora gehen. Und dadurch, dass Alexia natürlich sehr organisiert und gesetzt ist, auch gerade was Planung angeht und so weiter, würde ich ihr fix dabei helfen, bei was auch immer sie da gerade macht. Da sind sehr viele Ordner und Boxen, sie sind offen, da ist sehr viel Papier und Cora sortiert mit beiden Händen, hält aber immer wieder was hoch, legt es dann auf einen anderen Stapel, nimmt es wieder hoch, legt es auf einen anderen Stapel, rafft alles zusammen, tut es wieder in der Box, macht eine andere Box auf. Gut. Ich würde das alles gleich tun, nur organisierter. Okay. Also Kleiner, du meinst, du kannst das hier gedingsen, gedöns, geht es, was ich sagte, Anruf Zurückverfolgung. Nee, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig nennt. Ich bin 14, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber. Du hast doch gesagt, du bist smart. Ja, ich bin intelligent, aber das ist, also, Stell dir vor, jemand bittet dich, ein Auto zu reparieren und du hast noch nie ein Auto repariert. Du kannst so klug sein, wie du möchtest, du wirst sehr wahrscheinlich nicht auf einmal wissen, wie man ein Auto repariert. Oder ein Flugzeug steuern oder sonst irgendwas. Wenn du etwas noch nicht gemacht hast, wirst du es wahrscheinlich nicht können. Das heißt, das Einzige, was ich kann, ist googeln, wie ich herausfinde, woher diese Nummer kommt. Und das werde ich jetzt tun. Und ich google die Nummer einfach. Du googelst die Nummer. Angerufen von. Ja. Raymond schaut von der einen Seite, Caroline schaut von der anderen Seite zu, wie Charlie die Nummer eingibt und googelt. Und es ist eine öffentliche Telefonzelle aus Downtown. Wer nutzt noch öffentliche Telefonzellen? Jemand, der nicht gefunden werden will. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Es hat ja irgendjemand auf die Wand vor dem Hotel, Hotel. Ja, vor der Schlafklinik. Vor der, von der Klinik gesprüht. Dieses, äh, mach Fenster zu, Ofen aus und so. Und da muss, das war ja niemand von uns und niemand von den Leuten, mit denen wir geredet haben. Da stand nur dieser komische Mann. Ja, dieser, dieser Dude, der, und ich zeig auf Caroline, der, der dich gesucht hat. Ja. äh, äh, oh ja, äh, äh, jemand von, von den Vergessenen, nicht wahr? Kann gut sein, ja. Reginald. Möglich, der hatte Cappy auf. Der ist Reginald. Der Typ, glaube ich. Der Jersey Devil. Ah, ja, ja, ja. Ja, äh, ich kenne ein paar von denen, seit, äh, seit es mir nicht mehr so gut ging, hat Arthur, äh, mir angeboten, zurückzukommen, also, was heißt zurückzukommen, aber ich, ja. Ja, also, der war auch da, und wenn der nicht gesprüht hat, und sie nicht gesprüht haben, dann muss es ja jemand anderen geben. Und zwar jemanden, der tatsächlich hier aktiv eventuell auch Anrufe tätigt, Bilder stiehlt, und, ja. Aber warum? Oh, wait, 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 ähm, verdammt, gut, da müssen wir vielleicht auf Alexia warten, aber ihr, ihr, ihr Assistent, Assistent war doch, also irgendwer muss ihr ja, muss den Leuten ja aufgemacht haben, und Alexia hat doch einen Assistent, und der Assistent könnte doch mit Sicherheit beschreiben, wer zum Geier dieses verdammte Bild geholt hat, weil wir sind ja bisher davon ausgegangen, dass das einfach nur irgendwelche Transporteure waren oder so. Ich meine, ich hab ihr Handy. Du siehst auch, dass ich die Nummer, ja, macht, macht Sinn, du siehst, eingespeichert die letzten zwei Anrufe, und siehst Luther Barnes, der dann auch dran geht. Barnes, hallöchen. Hallo, ähm, ich rufe an im Namen von Miss Alexia Gray. Oh, gut, und du bist wer? Dr. Alexia Gray. Ich bin, ich bin nicht Dr. Alexia Gray. Das höre ich. Ich bin Mr. Kingston. Nun, Mr. Kingston, gut, und sie, äh, sie haben das, äh, Geschäftstilfon von meiner Schicht. Es geht um den Vorfall, es geht, ja, es, äh, sie ist gerade beschäftigt, ähm, wichtige finanzielle. Der Vorfall des Bildes, ich bin dran, ja, es, es lässt sich tatsächlich schwer nachvollziehen, aber, ja. Könnten Sie uns einmal beschreiben, wer denn dieses Bild abgeholt hat? Oh, sofern ich mich richtig erinnere, und meine Erinnerungen sind ein bisschen verschwommen, ich, äh, hab, ich gebe zu, ich bin nicht ganz auf der Höhe gewesen, aber es waren wohl zwei junge Herrschaften, äh, ich würde sagen, äh, nicht, nicht, nicht älter als 20, wahrscheinlich eher so 18, 19, äh, äh, recht trainierte Gentlemen, die sowas auch, von, von, ja, von der Firma, die halt sonst immer die großen Büsten und die Statuen, äh, transportiert, und, äh, sie, sie hatten ein, ein Logo auf der, auf der Jacke, ach, das ist jetzt schwer zu sehen, ich glaube, es war, nein, das kann ja nicht sein, das hätte ich ja nicht ausgehändigt, nee, das kann nicht sein, nein. Ja, wäre super, wenn Sie es mir einfach sagen würden. Entschuldigung, die, na, aber das, äh, wäre, wäre ganz nett, wenn Sie, Mr. Kingston, das nicht von Dr. Gray weitergeben würden, weil, ähm, ich, wie gesagt, nicht ganz bei mir war. Also, es war das Logo von der Richmond High School, glaube ich, oder dem, dem Internat, also Richmond habe ich lesen können. Ja. Wenn Sie Ihrer Meinung nach einen Fehler begangen haben, sollten Sie das Mrs. Gray am besten sagen, weil, ich meine, das ist ja passiert. Entschuldigung, Plick. Ah. Und? Mein Stadtviertel fährt in einen Tunnel. Nein. Ähm, Leute von der Richmond High haben, also es klang auch so, als wäre er ziemlich high gewesen, als das passiert ist, aber anscheinend. Warte, ist das nicht deine Schule? Ja, das ergibt wenig Sinn, weil wir haben niemanden, der 20 ist bei uns. 18, 19 habt ihr schon, ne, also, bisschen Junior High und angeschlossene, die Abschlussjahre. Na gut, vielleicht haben wir doch jemanden, der so alt sein könnte, ich kenne ein paar, die sind sitzen geblieben, aber, wer gibt ein Gemälde an eine Schule? Ich würde in dem Moment auch zurückkommen, wenn wir wieder in den Raum und würde das mitbekommen. Achso, ja. Wir kommen mit großen Kisten, ich komme mit einer Kiste und schaue uns an. Zur Richmond High und meine Stimme ist so zwei Oxamen. Naja. Ähm, ja, äh, ich habe vergessen. Vielen Dank für die Hilfe, Alex, übrigens. Gerne. Ja, sicher, dass man das alles nicht absetzen kann? Shit. Auf jeden Fall sollten Sie sich vielleicht nochmal mit Ihrem Assistenten unterhalten, es scheint ihm sehr leid zu tun, was passiert ist, aber er kann es Ihnen nicht wirklich sagen, weil er sich sehr dafür schämt. Ähm, trotzdem wissen wir jetzt, wo potenziell das Gemälde ist und das ist sehr komisch, dass das an meiner Schule ist. Teenager, die Scheiße bauen. Welche Teenager, sagt Caroline und richte die Brille wieder. Moment, welche Teenager? Ja, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich mit ihrer Tochter? Oh, mein Mann, äh, Chris und Lina, ich hatte, ich dachte, nach dem Kaffee könnten wir vielleicht nach ihnen schauen. Hat einer von den beiden auch einen Mythos? Nein. Nein, es sind beide mondänen. Ja, ich bin mir sicher, es reicht, wenn eine Person diese Familie auseinanderreißt. Nochmal, Charlie, Charlie, richtig? Was, was für, was für Jugendliche? Welche, welche zwei Jugendlichen? Was, was, was für Schüler? Gut gebaut, um die 20, muskulös, attraktiv, so, dass sie jemanden ablenken könnten, der gerade erst aufgestanden ist. und beide haben Angst vor einem Bulli aus ihrer Klasse, nicht wahr? Kann sein. Nein, es ist so, ich habe die zwei gesehen. Waren das die, die mit uns im Zug waren? Ja, das waren die, die mit, die hinter dir gesessen haben. Ah, ja. Zug. Die Teenies. Oh. Die kenne ich. Ich war noch keine 20. Die, die rumgemacht haben? Ja, äh, die, die, ich, wie gesagt, ich kenne nur die Ängste und habe Blicke gesehen aus seiner Sicht. Aber ja, sie waren mit euch im Zug. Äh, ich war, ja, darauf konzentriert, Mr. Van Stetten umzubringen. Oh Gott. Okay. Also haben, wie, wie so Clown-Tier, Genie ist dein Bild? Nicht freiwillig. Wahrscheinlich im Auftrag, ja. Wir wissen ja jetzt, dass irgendjemand dahinter steckt. Und ich kenne seine Stimme. Und ich werde ihn finden. Wo hat, wo hat genau der Telefon noch noch zurückzuführen? Achso, ich habe es rausgefunden. Ähm. Ich habe übrigens gegoogelt. Es ist eine Telefonzelle gewesen. Perfekt. Wusst auf, dich ist verlass, Charlie. Das hast du gut gemacht. Danke. so gut, dass ich das vielleicht auch irgendwann beruflich machen könnte. Nein, aber ich schreibe dir gerne ein Zeugnis. Hm. Das reicht. Von deinem Kurs, in dem du offiziell warst, dieses Wochenende. Ich glaube. könnte vielleicht irgendwann anfangen, irgendwas zu zeichnen, damit ich meinen Eltern was zeigen kann. Äh, wir können sagen, wir haben es danach verbrannt, um, äh, dem Ganzen natürlich die passende Theatralik zu geben. Das ist sehr wichtig für den künstlerischen Verlauf. Gar nicht so selten in den, äh, osteuropäischen Ländern. Ah. In der Antike. Vergängliche Kunst sozusagen. Richtig. Ähm. Sie wird erst schön, wenn sie zu Rauch wird. So wie der Sonnenaufgang. Richtig. Vergänglich. Was passiert jetzt mit mir? Entschuldigung. Wir bringen sie in die Schlafklinik zurück, dachte ich. Mhm. Kurzer Zwischentopier für, äh, okay, das ist ein bisschen kontraproduktiv. Nein, das ist fantastisch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen guten, also der ist wirklich gut. Vielen Dank. Ja, der geht. Ah. Der hält wach. Cora, soweit. Alles wieder auf dem Damm bei dir? Wieder ein bisschen Wusa? Es sind mittlerweile 17 Minuten vergangen und es gab kein weiteres Klopfen etc. Hm. Möglicherweise war es ein falscher Alarm. Oder den ist in, ich schaue mal aus dem Fenster. Du schaust so ein bisschen an in sein Fenster, wo die Tür ist und, äh, du siehst weder die IRS-Leute noch den schwarzen Mercedes, äh, noch davor stehen. Allerdings liegt auf deiner Fußmatte ein, äh, kleiner gefalterter Zettel. Ich mach die Tür einen Spalt auf und als nicht plötzlich um die Ecke lauernde IRS-Leute sich hinein drängen. Du schaust doch aufs Vordach, ob er irgendwo oben hängt, diese Mistfiecher. IRS, open up! Ja. Ja. Mach ich die Tür so weit auf, dass ich den Zettel aufheben kann und dann mach ich sie schnell wieder zu. Ja. Ähm, auf dem Zettel steht, äh, danke für den Kaffee, CVH, ähm, und unten drunter Naturhistorisches Museum Liv Simmons. Ja, ach so, Caitlin wollte sich um die vor der Tür kümmern. Ich hoffe, sie hat sie nicht gegessen. Wieso soll sie sie essen? Sie ist ein Ghul, oder nicht? Aber die essen, glaube ich, nur Tote. Ja, sie ist Ghul-Königin. Sie lässt essen. Ähm, genau. So, was ist mit Liv Simmons? Können wir vielleicht einfach mal, Entschuldigung, ich schau auf die Kisten, jetzt wo meine Unterlagen, so geordnet sind wir noch nie. kriegen wir vielleicht auch unsere Gedanken geordnet. Ich mache den Kühlschrank auf und hole noch verschiedene Sorten von Sirupen und Milch raus, stelle sie auf den Tisch. Also, wir haben einen Kaffee und wir haben nicht viel Zeit. Mhm. Das Bild wurde, wenn ich das jetzt richtig verstehe, warum auch immer zu deiner Schule gebracht? Zumindest von Leuten abgeholt, die von der Richmond sind. Das wären Leute, mit denen wir reden könnten, um rauszufinden, von wem sie gezwungen wurden, um rauszufinden, wer jetzt noch die Strippen zieht. Mhm. Oder so. Oder wir reden mit Liv Simmons, wenn wir schon uns einig sind, dass sie einfach nur die ausführenden Leute waren und nicht der Kopf dahinter. Ist auch ein Ding. Aber du hattest doch gestern schon mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, nein, das hat dich verwechselt. Ja. Das ist verwirrend alles. Liv Simmons ist neu. Ah, okay. Ja. Ach, Kim, ich stimme, du hattest mit Ann Kim angesprochen. Ach Gott. Was überhaupt keinen Sinn macht, dass mein Bild hätte abgeholt werden müssen, um von ihr restauriert zu werden. Ich hätte gleich drauf kommen können. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe. Aber der Tod ist gestorben. Verschiedene andere Mythen werden gezwungen, regelrecht um sich zu schlagen. Rache zu suchen bei Leuten oder sonst irgendetwas, Chaos zu stiften im Endeffekt. Wie in unfreiwilligem Fall der Boogeyman, wie vermutlich mehr als freiwillig das Miststück im Spiegel. Ich glaube nicht, dass sie die Strippenzieherin ist. Ich glaube, die hängt zusammen. Die Stimme am Telefon meinte, ich solle ihren Namen dreimal sagen. Oh. Forget about me. Das ist ein Song. Don't you forget about... Okay. Warum kennst du den? Du bist 14. Der ist gut. Mein Dad hört den. Ah, das erklärt's. Don't you. Sag ich... Du... Wie ist das? Ja, dankeschön. Ich muss neue Musik hören. Auf Rache des Stücks. Zum Glück kenne ich den Song nicht. Scheiße, ey. Ich kenne ihn. Ich will ihn nicht. Also müssen wir zu dieser Live im Endeffekt. Nachdem wir unsere gute Gästin hier beim Schlaf im Hotel abgeliefert haben. Ich denke, die nächsten beiden Anlaufstellen sind die Jugendlichen und Liv. Ich würde erst mal, wenn ich nicht störe, einfach dabei bleiben. Ich glaube, ich möchte jetzt erst mal nicht schlafen und auch nicht allein sein. Ich möchte auch und gern den Boogieman unbeaufsichtigt wieder in irgendeine Schlafklinik lassen, wenn das verständlich ist. Ja, tut mir leid. Jedenfalls, bis wir den Komplizen gefunden haben. Ich gucke nur mal so raus aus dem Fenster, ob es noch regnet. Es nieselt immer noch, ja. Es wird heute durchregnen. Cora, hast du zufällig mehr Regenschirme hier zufällig? Haben ein paar Kunden sich vergessen? Ich habe hier schwarze Regenschirme, weil manche Leute darauf bestehen, dass man auf... Genau. Ja. Manche... In dieser Stadt sind manche Beerdigungen so, als wären sie aus Filmen gemacht. Dann fängt es auf einmal an zu regnen und alle tragen schwarze Regenschirme und irgendwo auf dem Hügel steht eine einsame Person und beobachtet die Beerdigung. Ohne Regenschirm natürlich. Überhaupt nicht creepy. Ja. Ich gehe zu Regenschirmhalter und händige mehrere raus. So, was ist unser Plan? Kunsthistorisches Museum. Liff Teller den Arsch aufreißen. Liff Teller. Liff Simmons. Sag ich doch. Ich habe mittlerweile eine Liste. Das, äh... Von Leuten, denen du den Arsch aufreißen lassen willst. Nein, den... Den Leuten mit den, äh, Dings, mit den Myt-Toy. Aber kennst du die Mädchen von Liv Simmons doch nicht. Die hat ja keinen. Die hat nur eine krasse Karteikartenliste. Hörst du überhaupt zu? Ich war abgelenkt von dem Lied in meinem Kopf. Da habe ich hier. Die Steuerunterlagen sortiert. Ich wollte gerade sagen, es ist schwierig mit den Steuerunterlagen. Ich verstehe das. Sorry. Ich wollte nicht so sein. Und, ähm, Cora, hättest du vielleicht unter Umständen irgendwie Schuhe und Hosen für... Ich deute auf die nette Lady, die da in kleinen Pumps... Sie hat Pyjama. Sie hat Pyjama und Pyjama-Hose und einen Top. Pantoffeln, keine Pumps. Das ist nur unterschiedlich. Ja, 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 Pantoffeln. Also, ich habe Schuhe und ich habe auch was anderes anzuziehen. Ja, meine Häschen sind so nicht durchgeweicht. Das stimmt, ja. Ja, die können wir auf die Heizung legen. Gut, dann... Moment, ich polter eben die Treppe hoch in die Wohnung über dem Beerdigungsinstitut. Dann polter ich wieder runter und habe so einen Stapel dabei. Ja, da drüben ist das Gästeklo. Da können Sie kurz reingehen. Ja, ja. Und, äh, Caroline zieht sich um. Kommt dann schnell wieder raus. Okay. Schirr mit der Hand. Tür auf, Regenschirm draußen auf. Fünf Regenschirme gehen auf. Heute, 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 heute. Und er geht durch den grauen Herbstnachmittag vor Abend durch Memories hübsche Straßen gepflasterte auf, ähm, ja, in Richtung Unigelände wieder unweit von der Schlafklinik und dem Kunstmuseum zum gegenüberliegenden Naturhistorienmuseum. mit einem, äh, großen, äh, steinen Abbild eines Löwen und dahinter zwei, äh, Stoßzähne eines Wollmammuts, welches, dieses Grinsen, der Welt von zweien, welches den Eingang flankiert. Es ist offen, ganz normale Öffnungszeiten, ähm, allerdings, äh, tatsächlich innen drin einiges an Besuch, die den Regen entfliehen, äh, so wie, äh, du es auch kennst, Alexia, wenn Schlechtwetter ist, ist Museumswetter. Und, ähm, ja, ihr seht unten am Eingang so eine kleine Infostand, wo eine junge Frau mit roten Locken, äh, gerade Flyer sortiert. Ja, da die Leute mich wahrscheinlich auch so ein bisschen kennen, die dort arbeiten, ja, gehe ich mal davon aus, würde ich wahrscheinlich vorausgehen und, ähm, direkt fragen, wo finde ich Liv Simmons, wo muss ich hin? Ja, Brille mit so einer kleinen Kette dreht sie auf. Oh, ähm, Dr. Gray, schön, dass die mal wieder reinschauen. Äh, ja, sie ist am kleinen, äh, silbernen, metallen Namensschildchen Janine. Mhm, natürlich, Kollegin, muss man ja unterstützen, nicht wahr? Mhm, ich glaube, sie ist, äh, im Büro, sie wissen ja, den Trakt runter und. Perfekt, vielen Dank. Ich laufe dran vorbei. Okay. Und ihr lauft hinterher, um, die schwarze Schirmbrigade, jetzt alles zusammengeklappt, in Richtung Büro. So ein 14-Jähriger dabei. den großen Schirm. Und, ähm, ja, du kommst an, äh, das Büro von, äh, Miss Simmons, wie es draußen auch am Schild steht. Ich klopf und geh rein. Man offen ist. Es ist offen und du hörst, als du schon die Tür öffnest, ein kleines Herr rein. Leif, Mensch, lang nicht gesehen. Ähm, Alexia, tatsächlich. Ja, und du siehst, wie sie mühsam aufsteht, einen, einen Stock nimmt, ähm, und sich das, äh, rechte Bein, sozusagen, das steife Bein, äh, hochstützt mit dem rechten Haar. Äh, sie hat strengen Gesichtszüge, eine Brille, äh, einen hochgebundenen Dutt, silbernes Haar, aber ihre Kleidung ist ziemlich casual. Äh, äh, im Gegensatz zu dir, eine helle Kulotte trägt sie, ein flattriges violettes Hemd, beiger Blazer drüber, ähm, und, äh, stagst dann mit dem Stock vor ihren großen Tisch. Wie schön, meine Liebe, dass du mich mal besucht kommst. Ich bin vor der Tür bleiben. Mhm. Charlie. Caroline bleibt auch vor der Tür. Natürlich will ich nicht reingehen. Charlie ist schon drin. Caroline bleibt auch vor der Tür und setzt sich auf so eine, kleine, äh, äh, Marmorbank, äh, wo sie sich hinsetzt. Ähm, Cora? Gehst du mit rein? Geh mit rein, stehe so ein bisschen im Hintergrund. Immer noch nervös, sichtlich. Dann, äh, blickt tatsächlich, äh, Miss Simmons einmal von Alexia zu dem kleinen Jungen und dann hinten zu Cora. Hallo. Ich bin Dr. Liv Simmons und, ähm, womit habe ich diese überraschenden Besuch denn verdient? Alex. Sie wägt noch ab, wie sie das jetzt ansprechen soll. Ist es in Ordnung, wenn ich mich wieder setze? Du weißt das Bein. Ja, natürlich. Ja, das Bein. Ich schaue tatsächlich Hilfe suchen zu Charlie, da er ja offensichtlich immer einen guten Überblick hat und sehr smart ist. Und, ähm, wächst gerade noch fünf Zentimeter. Sie deutet mit ihrem Stock auf das, äh, auf einen, einen Sofa, auf ein Lauslandes, setzt euch, setzt euch, setzt euch, steht doch nicht so rum. Okay. Der junge Charlie und ich und Charlie und meine weitere Begleitung haben Fragen. Mhm. Auch Durst? Wollt ihr was trinken? Ich glaube, so viel wie wir, oder wie die anderen an Kaffee getrunken haben, sollte nicht mehr so viel Platz sein. Wollt ihr Toilette aufsuchen? Ja, vielleicht später. Ja. Ja. Gut, gut. Äh, ist den Gang runter. Niemand was trinken? Nein? Okay. Ähm, und sie trägt auch so eine wirklich altertümische Sprechanlage. Ähm, Darnell, äh, magst du mir einen, ähm, Tee bringen? Äh, irgendeinen, Earl Grey oder sowas, was wir da haben. Danke. Also dann, was möchtest du denn mit mir besprechen, Alex? Also, Charlie. Wir sind aus mehreren Gründen hier. Mhm. Zum einen, haben sie ein Bild gesehen. Da bist du im falschen Museum, Charlie. Mhm. Also, keins? Ähm, nein, aber wir haben ein restauriertes Wollmammutskelett. Cool. Kann ich mir das später angucken? Das Museum steht offen. Okay. Ähm, ansonsten haben wir gehört, dass sie eine sehr interessante Kartei haben. Wir müssten vielleicht mal deine Karteikarten durchschauen. Ja, Caitlin hat uns davon erzählt. Mrs. Heuvelenz, ja. Ja. Meine Karteikarten. Du weißt, ich würde dich nicht danach fragen, wenn es nicht sehr, sehr wichtig wäre. Ach, es geht um, und ich mache eine dramatische Pause, die graue Dame. Oh, was ist dir passiert? Sagt die graue Dame im Stuhl. Sie wurde entwendet und ich denke, wir kennen uns nun schon lange genug, um zu wissen, dass du weißt, dass das eines meiner wertvollsten Werke ist. Wenn es das nur wäre und sie schaut kurz auf den Tisch, will was sagen, und dann klopft es an die Tür. Darnell? Und Darnell kommt rein, junger Mann, kurze braune Haare mit einem silbernen Tablettchen und einer Zuckerschale mit einer kleinen Zange und dem Tee. Milch? Ach. Okay, dann lass es mich wieder rein. Danke. Danke dir. Sie wartet, bis die Tür geschlossen ist. Schaut kurz raus, wo Raymond und Caroline sitzen und dann schließt die Tür wieder. Ich weiß nicht nur, dass dieses Bild dir unglaublich wichtig ist, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist ein wesentlich wichtiger Teil von dir und deiner Existenz. So könnte man es auch sagen. Klingt sehr philosophisch und sehr dramatisch, aber im Endeffekt es ist einfach nur ein Erinnerungsstück an meinen alten Professor. Du weißt schon. Hast du es bei dir gestohlen oder hast du es verloren? Gestohlen. Aus dem Museum? Aus dem Museum. Ja, Loser war mit involviert. Du kennst ihn doch. Ja, Assistent ist nicht der Beste. Ich würde jetzt lobende Worte über Danelle verkünden, aber sie guckt in den Tee. Hage Butter. Männer, am I right? Was habe ich bestellt? Ich schaue jetzt nur auf die Tee-Tasse. Man kann Earl Grey mit Hagebutte verwechseln. Sie macht einen Zuckerwürfel, um es erträglicher zu machen, dreht um. Deswegen trinke ich nur Kaffee. Dafür verliere ich keine Bilder. Zu den Karteikarten zurück. Wir haben Grund der Annahme, dass wir da haben. Wir haben einen Verdacht. Und eventuell kann deine Kartei uns da ein klein wenig verlaufen. Sie schaut kurz, nein, sie schaut eine ganz längere Zeit Charlie an. Was kann ich für sie tun? Meine Kartei auffüllen. Ist das sowas wie eine Sammlung von interessanten Menschen? In der Tat. Sie stützt sich. Und ich muss mir so langsam überlegen, was ich damit mache. Mittlerweile scheint es ja im Umlauf zu gehen, dass ich diese Sammlung besitze. was nicht ungefährlich ist. Dementsprechend muss ich sie drei bitten, das nicht weiter auszuplaudern, außer es dient tatsächlich einem größeren Übel aufzuhalten. Und ich hoffe, Miss Van Heuvelin hat das im Sinn gehabt und stellt mich hier nicht komplett offen. Denn anders als sie habe ich kein zweites Ich, was mich schützen kann. klar. Sie sollten nicht schlafen gehen. Und es sieht gerade nicht so gut aus. So allgemein. So. Es ist definitiv, um ein größeres Überlauf zu halten. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja. Wen sucht ihr denn? Es muss jemand sein, der wohl in der Lage ist, den Schlaf der Menschen zu beeinflussen. Habe ich das so richtig definiert? Ich denke. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber die anderen meinten Hypnos. Oh. Hypnos. Oder nicht das Pokémon. Das Pokémon heißt Physio. Freddy Krueger! Ist da noch jemand? Ja. Ähm, Lina Austin. Schreit er durch meinen? Bitte? Ich würde gerne wissen, ob es eine Lina Austin gibt. Oh. In Karteikarten. Und ein Donnie. Und ähm. Das ist schwer. Nein, 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 nein. Ethan Zimmerman. Und dann wüsste ich gerne noch irgendwas über Reginald. Charlie. Charlie. Der erste Versuch ist besser. Ich kann jetzt bei H wie Hypnos schauen und euch dann eventuell den Namen des Logos dazu sagen. Umgekehrt ist das sehr, sehr kräftezehrend jetzt durch die Logos-Namen zu gehen. Die habe ich nämlich nicht alphabetisch geordnet. Okay. Aber wenn mir ein Donnie entgegenkommt, sage ich dir Bescheid. Ein kurzer Blick zu Alex. Alex. Es gibt das das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Und das ist einmal an uns gebunden sind oder an Dingen, die uns wichtig sind. Diese zu verlieren heißt, den Mythoi zu verlieren. Besonders wenn in manchen Fällen dieser Gegenstand mindestens genauso mächtig ist wie der Mythoi selbst. Zum Beispiel deinem Fall, Alexia. Aber für dich läuft die Zeit davon. Glaubst du das? Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein altes schäbiges Bild, was mich an meinen Professor erinnert. Vielleicht. Die Frage ist, hat dich das Bild gefunden oder du das Bild? Sie öffnet einen Schrank, der aussieht wie ein Kabinett, in dem hübsche Flasken sind und ein paar Gläser, eine rötliche Flüssigkeit darin, durchscheint Bernsteinfarben und packt die beiseite und dann greift sie hinter das Regal, wo diese Dinge drauf standen und legt etwas um, schließt den mit einem Paneel von der Wand zur Seite einer Holzvertefelung, gibt etwas ein in einen Tresor, öffnet ihn und zieht ein Kästchen hervor. Alles einhändig. Ha! Hypnos! Ja, Hypnos existiert derzeit als gebunden an einen Logos. Gwendoline Archer, 21 Jahre zurzeit Soziologiestudentin wohnhaft auf dem Campus. Kannst euch das bitte hiermit aufschreiben oder merken? Hab ich schon. Schön. Okay. Gwendoline Archer Hypnos irgendwo auf dem Campus. Gwendoline Archer. Welcher Campus? Tromis University. Also hier draußen nehme ich an. Es gibt ja Wohnheime. Ich weiß nicht, ob sie hier geboren ist oder ob sie zugezogen ist, um zu studieren, aber jedenfalls mit dem Betreten von Promise oder bei einem gewissen Jahr hat sich anscheinend Hypnos für sie entschieden. Cool. Brauchen wir noch wen? Wollen wir den Sandmann sicherheitshaber noch mitnehmen? Ja, kann nicht schaden, warum nicht, wenn du schon dabei bist. Tja, der müsste auch... Oh nein, der ist ungebunden. Ah. Ja, ein sogenannter Freigeist. Momentan nicht an ein Logos gebunden, davon gibt es immer mehr auf der Suche nach einem wahrscheinlich. Ich verstehe leider nicht so viel wie ihr wahrscheinlich von dem Nebel. Ich sammle nur. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, zu sammeln? Was? Was? Machst du die Tür auf? Ja. Komm, komm reingrafen. Bloody Mary. Ein strenger, dunkler Blick. Anklopfen wäre höflich gewesen, Mr. Slato. Ja, ich weiß, aber wir... Sie haben den Namen gerade gehört, ich kann ihn nicht so oft sagen, deswegen, ich muss wissen, ist sie da? Ich dachte, das Problem wäre erledigt worden. Das dachte ich auch. Also gut, ein dritter Name noch. Ist die Kartei was, was sie händisch aktualisieren oder ist das was Besonderes und das weiß automatisch, wer mit wem gebunden ist? Oh nein, ich muss Schritt halten, sozusagen. Okay, das heißt, wenn sie nicht wissen, ob der Sandmann an irgendjemanden gebunden ist, dann steht da halt auch nichts, aber es könnte trotzdem sein, dass er, okay. Komplett richtig, ja. Deshalb sage ich immer Stand meine. Wenn Gwendoline Arch heute Morgen verstorben ist, dann bin ich nicht aktuell. Ihre gesuchte Person, Mr. Slato, deren Name ich jetzt nicht nenne, aus gutem Grund, ist ungebunden, ein Freigeist. Das heißt, drüben, auf der anderen Seite, was auch immer das ist, fest erfahren, dass sie jemanden findet. Okay. Okay. müssen wir aber auch jeden Spaß versauen. Die Frage ist, Mr. Slato, sie stöckelt auf dich zu, sie ist fast den Kopf klein und muss ein bisschen hochgucken zu dir. Was beunruhigt sie so sehr an dieser Person? Wo sie jetzt doch auch wissen mit Sicherheit, dass sie nicht hier in der stofflichen Welt unterwegs ist. Sagen wir so, es gab ein ungewolltes Wiedersehen, ein unschönes, ungewolltes Wiedersehen und ich hatte mir einfach nur ein bisschen Sorgen gemacht, dass vielleicht nicht alles damals so rund gelaufen ist und dass sie irgendwie so ein kleines Hintertürchen gefunden hat, die kleine Bitch. Sie haben sie gesehen, die kleine, ich zitiere, Bitch? Ja. Ungewöhnlich dafür, dass sie nicht gebunden ist. Ja. Aber wie gesagt, davon verstehe ich tatsächlich zu wenig. Sie schließt wieder alles und geht wieder hinter ihren großen Schreibtisch. Hm. Später mal wieder, Entschuldigung, für die Störte. Mhm. Wir haben sie auch an einem Ort gesehen, wo irgendwie der Nebel stärker war. oder so. Glaube ich. Und der Mythos immer stärker war als die Person, zu der er gehört und so. Ja. Vielleicht lag es daran. Wollen wir zu Hypnos? Wir wollen zu Gwen Archer, yes. Liv, ich glaube, ich bin dir was schuldig. Nein, wirst du nicht, Alex. Komm einfach ab und zu mal wieder vorbei und kümmere dich um dein Bild. Ich meine es ernst. Ich glaube, du verlierst ihn sonst. Gänzlich. Ich lasse es unkommentiert und würde mit einem kurzen Nicken aus dem Haum raus. Ja, du siehst noch, wie sie zur Tasse greift, einen Schluck nimmt, das Gesicht verzieht, die Tasse hinstellt und wahrscheinlich nicht mehr berühren wird. Hacke Butter. Damit steht ihr auf dem Gang. Caroline steht wieder auf. Ab geht's zur Uni. Ich meine zum Campus. Ja. Gwen Archer sage ich noch mal in der Runde. Das ist unsere Frau. Inki Reich. Ich würde ja auch zur Beschreibung, ich zeige wieder auf Charlie, die dein hier Luther abgegeben hat. Junge Menschen. Das waren zwei sehr muskulöse Jugendliche. Gwen ist eine junge Frau, 21, die studiert. Aber vielleicht hat sie die um ihren Finger gewickelt oder so. Okay, das ist auch wichtig. Keine Ahnung. Besuchen sie einfach. Was ich mich frage, ist das warum? Warum das alles? Und wieso und deshalb? Sie ist fast noch Kind, vielleicht einfach um Chaos zu stiften. Ich glaube eher, dass eben Mythol dahinter steckt und nicht sie als Mensch. Und außerdem glaube ich, dass unsere drei Unruhestifter irgendwie zusammenhängen und das mit deiner wundervollen Freundin, deren Namen ich sagen soll, was mir so schön am Telefon gesagt wurde. Nein, klingelst du da nicht? Nein. Ich sag's doch, die Kinnis, die wollen einfach nur Scheiße bauen und ein bisschen Party machen, was weiß ich. Na schön, wenn du das sagst, aber wenn ich mal Mythol verliere, wegen dieser Kinderparty. Mythos. Mythos. Mythol ist die Mehrzahl. Perfekt. Aber das wissen sie, sie haben studiert. Promo wert. Nur, Hypnos ist kein Gott des Chaos. Vielleicht bin ich nicht ganz. Nur weil ich einen Mythos habe, der zum griechischen Pantheon gehört, heißt das nicht, dass ich mich mit allen davon hervorragend auskenne. Aber soweit ich mich erinnere, ist Hypnos im wahrsten Sinne des Wortes ein Gott der Ruhr, der Traum, den Schlaf. Der Traum ist sogar fast noch häufiger die Baustelle von anderen Gottheiten. Man kann in Träumen Visionen erhalten, die von Apollo stammen oder welche die Heilung versprechen. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber vielleicht wird das klarer. Richtig, vielleicht wurde er auch beeinflusst, verflucht, verkehrt. Oder ist noch irgendjemand anders mit dabei. Wir können auch in der Kartei noch nach anderen Leuten suchen. Immer noch sind wir hier. Wir können auch einfach nach jeder Person in der Kartei fragen. Ich schreibe mir schnell alle auf und dann gehen wir alle nacheinander ab. Nein, ich glaube, es ist schon richtig, nach Hypnos oder anderen Gottheiten des Schlafes zu suchen. Ich werfe nur in den Raum, dass ich den Zusammenhang zumindest aktuell noch nicht verstehe, aber vielleicht, schaue Alex betont an, bin ich ja dann nicht gebildet genug für und dann jetzt Charlie oder nicht schlau genug. Ich habe nie behauptet, dass ich schlau bin, das haben immer andere über mich gesagt. Und im Endeffekt habe ich zugegeben, dass ich nur gegoogelt habe. Oder wir sind alle zu nicht dumm genug dafür. Wie gesagt, ich rechne den Chaosfaktor Mensch mit ein. Let's dig in und hier laut los. Okay. Die Schirme spannen sich wieder auf, auf den Treppen hinunter von dem Museum über den großen Platz, dann durch kleine gepflasterte Sträßchen, wobei an italienischen Restaurants und anderem Charme den Memory als Altstadt vorgaukelt, obwohl es tatsächlich ja, wie ihr wisst, nicht die Original-Altstadt ist, sondern später, als die hingebaut wurde und ihr lauft auf den Campus der Promise University und hier auch die meisten StudentInnen fliehen dem ekligen Wetter in Hörsäle oder Seminarräume. Einige wenige mit Jacken über dem Kopf laufen an euch vorbei. Es ist auch mittlerweile fast 5 Uhr am frühen Abend, als ihr das Hauptgebäude betretet und bis auf Dr. Alexia Craig hier noch niemand vorher von euch lange an und ausgegangen ist. Ein paar haben es vielleicht noch vorher, andere werden diese Ausbildung nie genossen haben und Dr. Craig ist auch schon lange lange her. Da waren die Wohnsäle und Wohnräume noch getrennt nach Geschlecht. Ach, jetzt nicht mehr? Ich verstehe dich teilweise ganz schlecht, Walker. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Das ist genau die Frage, die ich am Anfang gestellt hatte. Ich habe es letztens im Stream auch bemerkt, Mairi, als ich den Rewatch gesehen habe, dass ich teilweise irgendwie vollkommen abkacke. Ich glaube, das liegt nicht an dir, Mairi. Also ich habe ihn auf 200 in Discord gedreht. Ja, das hat irgendwas mit meiner Technik zu tun. Ja, bei mir auch. Ja, dann geht's. Aber ja, denkst du, Kompressor? Ja, wo wollt ihr hin? Wir können im Sekretariat fragen oder ich rufe an. Halt, stopp. Weiß ich noch irgendwo, wo vielleicht eine Raumliste liegt? Manchmal wurde da eine erstellt, gerade für die RSDs, die ausgehangen wurde. Aber du weißt nicht, ob sie RSDs oder sonst irgendwas. Ja, vielleicht hängt sie ja noch. Also du weißt, dass sie Soziologie studiert und das war's. Ja, es gibt hier ein großes schwarzes Brett, auch Wohnungssuche, Jobangebote, elektrische Gitarre wird verkauft. So Dinge. Also das, das gibt's schon. Guck gar nicht jetzt so, Charlie. Charlie, dir fallen 17 Namen mit dem, Bandnamen mit Kingston ein, in der Hand anscheinend. Ich darf nicht mit die Schule schmeißen, um das hier als Job zu machen. Ich darf mir keine Band suchen. Was darf ich überhaupt? 14, du darfst nichts. 14 sein. Scheiße. Und 15 werden, vielleicht. Okay. Also gehen wir in den passenden Hörsaal und warten da oder gehen wir ins Sekretariat und fragen nach ihr, lassen wir sie ausrufen. Was machen wir? Ich dachte, wir stehen gerade bei den Schlafhäusern. In der, in der Haupthalle sozusagen. In der Haupthalle. Im Hauptgebäude. Steht hier. Und da habt ihr auch einen Überblick über den Campus sozusagen, wo alles ist, aber hier sind sehr viele Gebäude. Der Campus erstreckt sich komplett einmal von Süden nach Norden durch Memorien durch ein Campus City in der Stadt. Feueralarm? Warum? Wie sollen wir sie dann finden? Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Wie ist es aussieht? Ja, ja. Es ist mir gerade auch erst wieder eingefallen. Ich dachte nur, alle Leute aufscheuchen und an einen Platz bringen. Es gibt auch sicherlich irgendwie, ich meine, Facebook hat angefangen als ein Verzeichnis von Studierenden. Es gibt auch sicherlich Yearbooks oder ein Online-Verzeichnis von Studierenden und so etwas. Ich meine, wir sind immer noch in den USA, auch wenn Promise ein bisschen seltsam verdreht zum Rest der Realität legt, aber wenn, wo, wenn nicht hier, werden sämtliche Datensicherheitsdinger missachtet. Richtig, wir könnten auch zum Rektorat gehen, so nennt sich das doch, oder? Dekanat. Ich habe nicht studiert. Zum Dekanat. Das war eine oftige Frage. Gute Frage, bei einer amerikanischen Uni, also gibt es ja die Dekanate. Jede Einzelabteilung der Uni hat einen Dekanat und die gesamte Uni hat halt einen Präsidenten in der Regel. Ja, aber ich glaube, da ist es auch unterschiedlich, je nachdem, was für eine Uni ist. Richtig. Also wir sind ja nicht in der Ivy League, sondern es ist eine normale Stadtuniversität, University of New York und so weiter. Da könnte man tatsächlich zum Dekanat der Soziologie gehen in dem Fall und das tun. Ja. Und das weißt du als Studierter. Das weiß ich natürlich, ja. Das probiert natürlich. Das heißt, du läufst. Tatsächlich habe ich immer noch Kontakt zu ein paar Professoren und so und kenne auch den Präsidenten der Uni auch persönlich. Sicher. Der geht mal ein und aus in meinem sehr bekannten Kunstmuseum. Also tatsächlich, dafür hast du sogar ja auch Powertags, ne? Von wegen offener Türen und so weiter. Also es ist tatsächlich so, ja, würde ich sagen. Und dann würde ich tatsächlich meiner Gruppe vorschlagen, ob es nicht eine Idee wäre, dass wir zum Dekanat gehen und vielleicht einfach eine Durchsage machen, dass die Kuratorin des Kunstmuseums hier ist und gerne mit Gwen Archer einmal ihr Meeting hat. Ja, das ist praktisch genau das, was ich vorgeschlagen habe. Und ich trete so einen Pappbecher, der auf dem Boden geht. Du wolltest anrufen, Charlie. Ich habe gesagt, wir können auch einen Ausruf machen. Okay, das habe ich überhört. Vielleicht musst du deutlicher sprechen. Ja, hast du mit Sicherheit gemacht, Charlie? Na klar. Und ich tappe ihm so auf den Kopf. Mit Sicherheit. Gute Idee, Alexia. Danke. Man merkt, dass du studiert und probiert hast. Ich habe probiert. Alex, du gehst voran und darfst gerne mal für mich würfeln mit diesen Power-Tags. Das heißt, zwei wie sechs und Charlie schlurft als letztes hinterher. Mann, oh. Ja, das heißt, wie gesagt, alle Türen offen hast du, glaube ich. Genau, auf einer Türen öffentliche Auftritte vielleicht auch. Ja, gerne, ja. Dass dein Name wirkt. Faszinierende Ausstrahlung. Nee. Oh, schade. Also plus zwei. Also wie gesagt, der Name lasse ich hier gelten auf jeden Fall. Okay. Und die offenen Türen, die Dings. hast du auch. Dann machen wir das. Ei, ei, ei. Ja. Eine sieben. Plus zwei. Ja. Also die sieben ist plus zwei. Okay. Dann stehst du tatsächlich dort und versuchst dich zu informieren und scheiterst zunächst mal an dem sehr unfreundlichen Sekretär, der dich nicht reinlässt, bis du tatsächlich mit dem Namen droppst und nachdem du dann gar nicht so durchrushst, wie du gerne möchtest, sondern tatsächlich zehn Minuten nach Passierschein A38, dass du so ein Wagen geschickt wirst. Ja, wir stehen alle im Hintergrund. Ja, aber ich muss sagen, ich bin auch höchst nervös, mein Bild ist weg. Ich fühle mich nicht mehr ganz so selbstsicher. Das ist tatsächlich nicht so, das heißt eigentlich, es ist nur eine Sechs, ja. Du läufst, ja, also tatsächlich wirst du zu einem anderen Zimmer gesetzt, geschickt und ihr traf hinterher. Und er hört, vor zehn Jahren war das alles noch anders. Das war auch ein ganz anderer Raum und tatsächlich auch ein anderes, okay, ihr müsst das Gebäude wechseln, das konnte keiner vorher wissen, aber ihr müsst nochmal Schirm auf, alle gehen über den Campus zum Gebäude. Pädagogik und Soziologie ist natürlich ganz woanders, kannst du auch nicht wissen. Und als du ein weiteres, ein drittes Mal anfragst, etc. Und ein drittes Mal Richtung, ja, da können sie mir jetzt viel sagen von wegen Kunstmuseum, aber hier ist Soziologie und nicht Kunstgeschichte. Und ganz kurz, die erste Ader sich an deiner Stirn bildet. Hörst du eine Stimme? Unweit, ein Student, der fragt Gwen Archer? Ja. Sie ist mit kurzen, schwarzen Haaren, mit einem gepflegten Seitenbart und die Jacke von der Uni. Die ist bei mir im Seminar, also war bei mir im Seminar. Die ist seit drei Tagen guckt sich um. Die ist seit drei Tagen in Behandlung in der Ferguson-Klinik, in dieser Schlafklinik. Ach. Ja. Kennen Sie sie? Ja, danke, dann fahren wir wohl wieder. Ja. Hast du irgendwas von ihr gehört? Hast du ihre Handy-Nummer? Ja, aber sie wird nicht rangehen, weil sie wacht nicht mehr auf. Sie ist vor drei Tagen eingeschlafen und jetzt wahrscheinlich da irgendwie mit künstlichem, keine Ahnung, ob es ein Koma ist, ich kenne mich damit nicht aus, ich bin Soziologiestudent, ich bin nicht Medizin. aber, also wir gucken, dass wir täglich News da bekommen, aber es ist nichts Neues. Sorry. Sieht seinen Rucksack auf und beeilt sich dann. Okay. Alles verdichtet sich auf diese Schlafklinik, verdammt. Ferguson-Klinik. Na, dann haben wir ja wieder einen Anhaltspunkt. Ja, wenn sie seit drei Tagen schläft, kann sie nicht an die Wand gesprayt haben. Ja. Auch? Er hat an die Wand gesprayt. Das ist eine hervorragende Frage. Aber wenn wir sie wecken, dann können wir vielleicht mit ihr reden. Ja, das wird bestimmt funktionieren, wenn sie seit drei Tagen nicht aufwacht. Junge, dir gibt einfach nur keiner eine ordentliche Watsche. Eine Watsche weckt Leute auf. Hast du mal mit Raymond gesprochen? Mhm. Deine Mom war sofort wach, als ich mit ihr gesprochen habe. Der würde jeder abhauen. Auch schlafen. Ansonsten gehen wir dorthin, wo sie ist. In die Träume? Können wir das? Oh nein, nicht schon wieder schlafen. Ich weiß es nicht, aber wir können es probieren. Ich kann auch dorthin fahren, wo die Toten sind. Insofern. Hm. Warum nicht? Warte mal, du kannst in Träume reinfahren? Ich habe es noch nicht probiert. Brauchst du dafür irgendwie was Spezielles als Bezahlung? Es kann sich ja nicht schaden. Wollen wir in ihre Wohnung einbrechen und gucken, ob wir irgendwas finden, was wir dafür nutzen können? Es darf nichts Gestohlenes sein, was ich bekomme. Wenn ich es klaue und dir freiwillig gebe, funktioniert das dann? Nicht, wenn ich es weiß. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die die Fähigkeit von Gegenständen ist, diese Information zu übertragen an das Übernatürliche. Bei Ihnen und Hesse, ich wollte, dass ihr mir sagt, Charlie, man bricht nicht bei Leuten ein. Du bist 14. Aber ihr habt es nicht getan. Charlie, man bricht nicht bei Leuten ein, egal wie alt man ist. Okay? Ich bin auch nicht dein Vater. Das kommt noch hinzu. Und trotzdem hast du gerade den Spruch mit meiner Mutter gebracht. Ich habe das gemerkt. Welchen Spruch mit deiner Mutter? Ihr zwei. Was mit meiner Münze duplizieren? Slato. Zap. Ja. Hast du? Das tue ich ungern. Und ich würde Cora diese wirklich sehr goldenscheinende Münze hinreichen. Besonders genug. Und, naja. Ich habe ja noch das Original. Das ist das Einzige, was wir versuchen können. Wertvoller wird es nicht mehr, Leute. Ich gehe zu einem Wagen. Der steht zufälligerweise geparkt auf dem Parkplatz der Uni. Obwohl ihr mit zu Fuß dahergekommen seid. Wir suchen halt immer noch das Bild. Ihr wollt jetzt in die Träume fahren? Habe ich das so richtig verstanden? Da finden wir Hypnos. Und die kleine Archer. Oder wir fragen zuerst die anderen beiden Männer, die gesehen wurden, als sie das Bild abgeholt haben. von denen wir keinerlei Anhaltspunkt haben. Wir wissen, auf welcher Schule sie sind. Wir haben sie schon mal gesehen. Wir wissen auch, wer sie bulliet. Also wir haben Anhaltspunkte. So teilweise. Aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich will eigentlich ungern in irgendwelche Träume. Ja, aber ich will auch nicht in irgendwelche Träume, ohne mein Bild zurückzuhaben. Ich habe keine Zeit mehr. Also was ihr vor euch habt, ist natürlich das Auto von Cora. Und ihr seid auf dem Campus. Die Schlafklinik ist Teil des Campus. Die Sleep Research ist an der Ausstellung des Campus. Das heißt, ihr könnt dort auch erstmal schauen, wie es Gwen geht. Dann lasst uns da schnell hingehen und danach holen wir das Gemälde. Das sagst du so einfach, Charlie. Mensch. Dein Wort in wessen Ohr auch immer. Such den Gott aus. Können wir den Feueralarm verwenden, um die zwei Dudes zu finden? Die sind nicht an dieser Schule. Die sind an der Richmond Eye am Campus. Nein. Ich wechsle eure Schule. Ich ruf jetzt Mr. Ezra an. Ich war so lange in keiner Schule mehr. Der heißt Mr. Broder, aber ist okay. Ich darf ihn beim Vornamen nennen und ich renne ihn trotzdem Mr., weil er erwachsen ist und ich Respekt vor ihm habe. Rufst du von deinem Handy an? Ja. Okay. Ja, hörst du, Broder? Wie geht's den beiden? Gut soweit. Hallo Charlie. Man meldet sich mit Namen. Ja, ich bin bei den, habt ihr Caroline gefunden? Vielleicht. Wir sind noch nicht hundertprozentig sicher mit allem, aber was mir wichtig ist, ist, dass wir wissen, bei uns an der Schule. Da gibt es zwei Typen breit gebaut, die haben Probleme auch mit dem Mobber, vielleicht waren die mal bei ihnen. Hatten in den letzten Tagen auch so ein Erlebnis mit so einem Zug, wo vorsichtiges Zeug passiert ist. Was wir in den letzten Tagen, gestern war Freitag, ich habe keinen mehr gesehen, gestern, heute. Wir sind, aber zwei, welche Jahrgangsstufe denn? Um die 20. Kurz vor Abschluss. Ja, wahrscheinlich dann Seniors. Aus dem Football? Kann gut sein. Ich würde die so beschreiben, wie ich die zugesehen habe. ist auch kurze blonde Haare, Großmaul. Also einer von beiden, das ist vertraulich, ich darf das nicht weitersagen, normalerweise. Klar, ich schreibe es mir auf. Charlie, hilft das unserer Sache? Ja, sonst würde ich nicht fragen. Weiß ich ja nicht. Einer von beiden müsste, Clyde sein. Taylor, Clyde Taylor. Das ist der, der Running Back des Teams. Und wenn, wenn die zu zweit sind, dann wahrscheinlich mit Tobias, ähm, Baker, aber, genau, Baker und Taylor meistens zusammen, ja. Aber also das mit dem Problem, mit dem Bulli und so weiter, das war Clyde, der bei mir war. Und das darf ich dir. Okay. Oh, großartig. Sie wissen nicht, wo die wohnen zufällig? Nein, Charlie, ich weiß nicht, wo sie wohnen, weil ich gerade bei den Austen bin und nicht in der Schule. Ich weiß nicht automatisch, auswendig alle. Nein, weiß ich nicht. Gut, dann kümmern wir uns darum. Vielen Dank. Was ist mit Caroline? Ohne Mist, ich bin jetzt hier bei den, bei der Familie und hier ist alles gut den ganzen Tag schon. Mir geht's gut, wir sind gerade nochmal auf dem Weg in die Schlafklinik. Also habt ihr sie gefunden? Vielleicht. Charlie! Ja, haben wir. Ich weiß nicht mehr, wie man vertrauen kann, Mr. Broder. Was? Ich bin sehr verwirrt, es sind sehr viele Namen auf meiner Liste. Welche Liste? Du hast eine Liste voller Namen, was machst du? Clyde Taylor und Tobias Baker stehen jetzt auch drauf. Gut. Na gut, das war's. Klick. Okay, Clyde Taylor und Tobias Baker sind vermutlich die beiden, die dein Gemälde haben. Okay. Ich sag's ungern, aber das hat für mich Priorität. Ihr sind jetzt schon in der Nähe der Klinik. Wir gehen jetzt einmal kurz rein und gucken und danach machen wir uns auf den Weg dahin, wo sie hinwollen. Ich google, während wir laufen, wo ich die beiden finde. Vielleicht finde ich ihr Facebook-Profil, vielleicht waren sie so dumm, ihre Adresse anzugeben oder sie haben vielleicht irgendwie Football-Training oder so einen Scheiß. Ich find was raus. Gut so, Kleiner. Cora, wenn wir die kleine Hypnos-Lady nicht wach kriegen, düsen wir dann ab zu ihr. Dann probieren wir das. Okidoki. Aber ich habe das Gefühl, dass egal, was wir machen, dass sehr viel lauter werden wird, zunehmend, mit der Zeit, die wir nicht damit verbringen, das Bild wieder zu finden. Deswegen sag ich ja, dass wir fahren. Hast du mich gerade irgendwie nachgeämpft? Ja, habe ich. Und du glaubst, das würde irgendwas besser machen, ja? Nein. Sind wir jetzt ein Team und arbeiten hier zusammen oder nicht? Den Eindruck habe ich nicht. dieses Bild zu finden, führt uns doch irgendwo zu dem Übeltäter, der für das alles hier verantwortlich ist. Ja, so kann man sich ja auch argumentieren. Deswegen tun wir es ja auch. Schön, also wo arbeite ich dann nicht mit euch zusammen? Ich bin ja wohl die treibende Kraft in dieser ganzen Gruppe und hier mit eurem Kaffee trinken, der übrigens sehr lecker ist, tatsächlich, aber trotzdem. Ich muss zugeben, dass meine Aussage vor allen Dingen auf Vibes basiert. Gut. Vibes. Na dann. Vielleicht haben wir alle ein bisschen viel Kaffee intus. Wir haben heute alle schon einen kleinen Schock abgekriegt, außer Charlie. Und ich tapp's ihm so auf den Kopf. Schön für dich. Warte mal. Schlafkienig. Bitch schleppen, wach werden, Bild suchen. Und ich lauf los. Und wieder sind die Schirme auf und ihr lauft knapp 15 Minuten runter die Hauptstraße entlang am St. John Hospital und zur Schlafklinik Ferguson Sleep Research, die ihr schon kennt und dementsprechend auch den Eingangsbereich. Diesmal anscheinend von einem jungen Mann, der um die um die 30 dort den Eingangsbereich diesmal bewacht. Die Dame vom heute Morgen nicht mehr da. Die Nachtschicht hat gewechselt. Und es sind auch Patienten beziehungsweise würde ich sagen eine Familie, die da sitzt und wartet. Und ja, schaut zu euch hoch. Brian aus seinem kleinen Schildchen. ja, schönen guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Archer. Mr. Archer. Gut, haben Sie einen... Nein, Mrs. Archer. Nein, oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Wir sind hier, um eine Patientin zu besuchen. Exakt. Verzeihung, das war jetzt wirklich dumm von mir. Mrs. Archer. Oh, das heißt, oh nein, es tut mir leid, das geht nur für engste Familienmitglieder. Junge, mach jetzt keinen großen Zambano, wir haben euren Doc erst gestern den Arsch gerettet und ich bin jetzt zu faul, mir irgendeine Scheiße auszudenken. A.K.A. Du rufst jetzt deinen Doc an und dann gehen wir zu dieser gottverdammten Archer. Hast du mich verstanden? Meine Nerven sind hier oben. Er hat zu viel Kaffee getrunken, aber es wäre wirklich sehr freundlich, wenn sie den Doc anrufen könnten. Brian, und, ähm, lass das, nicht, 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 ist Brian sehr muskulös und trägt weiße Kleidung? Nein, 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 aber ihr hört eine Stimme den Gang runter, nicht, nicht drücken, sonst haben wir hier die Cops und das macht nur alles komplizierter. Siehst, wie Brian seine Hand unter der Theke wieder hervorhebt und Dr. Soderberg euch entgegenkommt. Ähm, sind sie, die Warnling, so einen Aufstand hier zu machen und die Familie schaut zu euch rüber, die da wartet. Brian hebt hier die Hände. Doc, ist das in Ordnung? Das ist vollkommen in Ordnung. ähm, kommen Sie einfach mit und machen Sie bitte nicht so eine Szene. Gut, was passiert? Wird meine Klinik wieder angegriffen oder warum sind Sie wieder hier? Wir müssen eine watschen, um sie wach zu kriegen. Was? Nein, was weiß ich, was man macht. Raymond. Was? Nein. Die Sache, die neulich hier passiert ist, hat möglicherweise mit dieser Patientin zu tun. Ich weiß, dass es alles sehr weit hergeholt, aber vielleicht haben wir einen gewissen Vertrauensvorschuss, dadurch, dass wir uns gekümmert haben in gewisser Weise um das, was hier vorgefallen ist. Sie ja, eher verwirkt sein gerade. Ich meine, Sie haben mir immerhin heute Morgen geholfen und sagen Sie mir kurz, worum es geht. Um wen geht es? Um Wendelin Archer. Genau. Oh, ja, ja, ein besonderer Fall. Ganz kurz, bevor wir darüber reden, dreht sich zu Slato, Sie werden keine meiner Patienten slappen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber damit kriegt man Sie wach. Nein, damit Sie verstehen, Sie aufzuwecken ist nicht anzuraten. Moment, jetzt habe ich bei uns drei noch geschafft. Nein. Das könnte sehr traumatisch sein. Danke. Schock, guck nochmal zu Charlie. Ja, exakt. Es kann eine Schocksituation und schlimmeres hervorrufen und Traum. Sie schläft seit drei Tagen. Also gut, kommen Sie kurz mit und geht den Gang runter. Nicht nach oben, wo die Kids schlafen, sondern tatsächlich da, wo Charlie und Alexia am heutigen Morgen fast von einer Spinne angegriffen wurden, sind und seit bei G. Archer im Raum eröffnet. Und da liegt eine junge, blonde Frau in Klinikkleidung auf dem Bett, Decke darüber, angeschlossen an mehrere piepende Geräte, hat einen Tropf mit Nährmitteln angehängt, aber keine künstliche Beatmung oder so etwas und nur künstliche Ernährung und Zu- und Abgang. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ist kein Koma. Tatsächlich sagen die Ausschläge hier und hier, dass die junge Dame schläft. Und zwar einen sehr gesunden, wenn auch lebhaften und aktiven Schlaf. Hm. Wie können wir sie aufwecken? Eben nicht so. Wir haben es schon mit der Familie versucht, mit Reden, mit Musik, wir haben vorsichtig sie bewegt, sie wurde ja auch hierher gelegt, aber es hat nichts gebracht bisher. Stimulenzien, ja, ein Mittel zur Verfügung, man muss hier vorsichtig sein, wir sind noch in der Forschung sozusagen, das ist weder die Schlafkrankheit in so Sinn noch Narkolepsie, es ist anders, tiefer, würde euch heute morgen nicht erlebt haben mit Ihnen aber ich bin tatsächlich am Ende meine Weisheit. Oh, sie können in die Fall getappt sein. Bitte? Ja, in meinem Traum war eine Falle. Ich wurde für eine wirklich netten Lady, die muss ich auch wirklich mal anrufen, auf jeden Fall, da war eine Falle bei mir, ein Goldtropf, hätte ich ihn vermutlich erreicht, dann wäre es ziemlich scheiße für mich gelaufen. Cora, du hattest ja einen relativ normalen Traum für dich bezogen, soweit wie ich es verstanden habe. Alexia, war bei dir auch irgendeine Falle in deinem Traum? Oder Charlie, bei dir? War irgendetwas, wo ihr hättet erreichen können, machen können, dass ihr sozusagen wie so Maus in Klatsch? Caroline war bei mir im Traum. Das ist richtig. Er hat mich quasi gewarnt. Richtig, das war einer meiner kurzen wachen Momente, als er mich nicht beobachtet hat. Und wie gesagt, eine Falle, wie gesagt, ich habe mit den Traumern sich so nichts zu tun. Tut mir leid. Es ist ja auch ganz egal, warum sie jetzt schläft, ob sie in eine Falle getreten ist oder nicht oder was für eine Konsequenz würdest du daraus ziehen? Naja, das Problem ist, zumindest ich wurde davor gewarnt, dass wenn ich in diese Falle getappt wäre, wäre ich nicht mehr aufgewacht. Und das könnte vielleicht auch der Grund für sie sein, da ihr nicht, da ich euch erreichen konnte und nur mit dem Telefon rausgekriegt habe. Versteht ihr? Also ich verstehe nicht sehr viel und ich bin hier der Experte für Schlaf, aber was ich verstehe ist tatsächlich den Aufzeichnungen nach, dass die junge Miss Archer unglaublich aktiv träumt. Hm. Dauerhaft fast. Was Raymond meint ist, sie könnte Patient Null sein. sozusagen. Ja, ja, da tatsächlich, ich gucke wieder zu Charlie. Google. Vollkommen in Ordnung, ja, ja, aber das hilft uns wie gesagt nicht weiter. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit weiterhelfen kann, aber das ist zumindest Miss Archer und das ist der Status. Wenn es etwas mit heute Morgen zu tun hat und sie es lösen können, sehr gerne. Ich kann leider nicht in Träume schauen. einfahren. Jetzt guckt er noch mal zu Charlie. Nein, genau. Ich habe mir überlegt, ob wir eventuell irgendwie in ihre Träume gucken können. Charlie? Aus. Nein, nein, wenn das eine Möglichkeit ist, sie da rauszuholen, ohne ihr eine zu slappen. Slato. Ich hätte sogar Puder dabei. Gute. Gibt es was dabei? Puder? Puder, ja. Puder. Wir müssen in ihren Traum fahren. Ja, ja, ja. Hatte sie denn irgendwelche Habseligkeiten dabei, als sie in die Klinik kam vor drei Tagen? Naja, sie wurde von ihren Eltern her gebracht. Irgendwas in den Hosentaschen oder sowas. Irgendwas, was. Naja, sie hat persönliche Sachen. Handy und wir haben ihnen einen Ring abgenommen und so etwas. Handy. Darf ich das mal sehen? Ich glaube nicht. Sie wissen schon, dass es hier um etwas sehr Großes geht. Aber was hat denn ihr Mobilfunkgerät mit ihrem Traum? Also erstens ist es sowieso mittlerweile ohne Akku und sich ausgestellt. Also wenn sie und ich kann eigentlich nicht verantworten, dass sie das Gerät von ihr jetzt wie auch immer schenkt. Ich dachte mir nur, vielleicht hätte sie Kontakt gehabt zu irgendjemandem. Denn wir sind jetzt einig, dass das, was auch immer hier gerade passiert, nicht nur von einer Person kommt. Also ich glaube, sie wurde unter Drogen gesetzt, die einen drei Tage und länger schlafen lassen. Oh nein, sie ist die Droge. Zum Beispiel. Okay, sie werden nicht verstehen, worüber wir reden. Nein, ich tue. Aber eine Sache, die ich gerne verstehen würde, Herr DM, ist, kann man nicht probieren, irgendwie hinter den Nebel zu gucken? Gibt's da nicht auch irgendwie irgendwas? Ja, natürlich, kannst du gerne probieren. Kann ich mal gucken, ob ich irgendwie hier sehe, was mit mir passiert? Oder ob auf der anderen Seite das Nebel irgendwas ist, was darauf schließen lässt, was gerade abgeht mit dir? Wenn du würfeln möchtest und deine Unikraft irgendwas, also wenn du blickst, ich kann's auch einen puren Wurf machen. Tatsächlich ist das nicht normal, aber der Nebel ist, wie du selbst schon angemerkt hast, anders, dünn, rötlich. Ja, genau, deswegen, ich würde einfach gerne gucken, ob ich das irgendwie erspüren kann. Ich glaube, ich habe keinen Wert, der dafür hilft. Alles klar, während du hinten das Gespräch zwischen Doktor und sowas hörst, starrst du auf Gwendoline Archer. Es ist eine Sieben. Es ist ein Ja, aber du starrst auf diese kleinen metallenen Dinge, die lustige Zacken auf Blätter malen, du starrst auf etwas, was Hirnfunktion misst und versuchst irgendwie dir einen Reim drauf zu machen und hörst sie, nein, sie träumt, sie träumt und dann kommt dir Cora in den Kopf, die sagt, man könnte versuchen, in den Nebel zu fahren, ein gemeinsamer Ausflug in Träume, in die andere Seite. Du hörst Caitlin van Heuvelen, die von der anderen Seite der Welt redet, von der Totenwelt, weswegen dann die Toten hier rumlaufen plötzlich und so weiter und dass das sich irgendwie vermischt, also wenn, warum nicht jetzt und und du weißt nicht, wo sie ist, aber du weißt, dieser Ort, die Schlafklinik ist für kontrolliertes Schlafen anscheinend ein verdammt guter Ort, aber du hast das Gefühl, da niemand von euch was mit Träumen zu tun hat, dass ihr euch da sehr schutzlos reingeben würdet, wenn ihr niemanden auf der Seite hättet, der euch irgendwie traummäßig schützt, wenn nicht sogar verbindet, damit ihr gemeinsam träumen könnt. Das ist so ein bisschen das, was du mitkriegst, mehr wird es nicht. Wenn du auf diese Geräte startst und der Doktor irgendwann die Hände hält, ich hole ihnen die Habseligkeiten, wenn sie ihnen irgendwie was hilft, vielleicht sagt sie ihnen was aus, aber ich befürchte, das Handy ist nicht sehr nützlich momentan. Ich bin gleich wieder da und er verschwindet und lässt euch gerade kurz im Raum. Charlie, alles gut? Du schiefst so. Das mache ich manchmal. Wie wollen wir uns mit ihr verbinden? Kennt irgendjemand von euch jemanden, der so auch was mit dem Schlaf zu tun hat oder Seancen abhält? Keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Ja, wen rufst du an? Ich ruf die Spinnenlady. Fouché? Slato hier. Mr. Slato. Ich hatte schon Angst, ich habe sie irgendwie mit meinen vielen Beinen verschreckt. Nein, weiß Gott nicht. Warum dann jetzt erst der Anruf? Ich war beschäftigt, genau das, weshalb du mir auch geholfen hast und tatsächlich bräuchten wir jetzt vermutlich deine Hilfe. Also nicht nur ich. Du hast den Goldtopf doch gekrallt. Nein, nein, tatsächlich nicht. Das ist gut. Aber wir haben Hypnos gefunden. Hilf mir kurz. Irgendein Fatzke, der mit Träumen zu tun hat. Der steckt in ein Mädchen, das hier schläft seit drei Tagen. Durchgehend. Patient Null im Endeffekt. Oder? Das war richtig Charlie, Patient Null. So nennt man das. Und jetzt willst du was von mir? Wir haben eine Möglichkeit, sozusagen zu ihr zu fahren und sie da rauszuholen. nur, ja, keiner von uns kennt sich mit Träumen aus. Und ich denke mir, du bist da die beste Fahrerin. Fahrerin nicht, aber ich kann euch zumindest auf den Kurs halten, wenn du das meinst. Ich kann euch zusammenweben. Exactly. Okay, ich, ich, eilt es sehr? Ich bin im Training. Es eilt ungefähr so sehr wie, ja, es eilt extrem. Okay, fuck. Wir können halt auch vorher noch nach dem Bild suchen. ich bin, ich bin in, wo, wo muss ich denn hin? Ähm, ich gucke mich noch um, äh, die Schlafklinik. Am Campus. Oh, naheliegend. Okay, Campus. Äh, ich brauche eine halbe Stunde. Alles was gönnt ihr dein Training? Mach komm in dem Stündchen, wir haben noch eine kleine Nebensache. Eine Stunde, alles klar. Halt, stopp, ich weiß nicht, ob das so gut ist, Raymond. Die soll so schnell wie möglich herkommen. Das ist der Moment, an dem sie über ihre eigenen Bedürfnisse drüber steht und versucht mit uns zusammenzuarbeiten. Ah, der, 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 der Heroes Journey, genau, ich verstehe. Okay, nein, du musst dich beeilen. Noch schneller, wenn es geht. Okay. Wo trainierst du, wir kommen zu dir? Was? Wo trainierst du, wir kommen zu dir? Äh, ich bin, äh, unten in der Sporthalle Downtown, äh, Rollibus gebaut. Unten Sporthalle Downtown. Neat. Wir sind auf dem Weg. Bis gleich. Okay. Funktioniert das denn, wenn wir nicht bei der Schlafenden sind? Naja, wir bringen sie mit her. Wir entführen die Patientin, okay. Nein, 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 wir bringen die Frau, die Raymond angerufen hat, mit hierher. Okay. Ich bemerke, wir sollten, bevor wir Leute kontaktieren, definitiv über unsere Pläne sprechen. Wir können tatsächlich auch sie einfach mitnehmen, dann müssen wir nicht so lange fahren. Dann sparen wir uns einen. Nein, wir werden niemanden entführen, wir lassen sie hier traumatisch entführen. Ich nehme, was hier an kristliche Ernährung angeschlossen ist. Gut, dann taggt sich hier schnell noch mal so, okay, du musst doch zur Schlafklinik kommen. Du wolltest sie wirklich? Es passt halt so gut zu Slato. Ich komme dich holen. Du bekommst dieses Smiley-Face, mit dem du untergelassen hast. Mäh, Smiley. Der Doc kommt zurück mit einer Kiste von tatsächlich abgelegtem Schmuck von Gwendoline und einem Handy, das aus ist. Und stellt es hin zwischen den Tisch, wo ein paar Blümchen und ein Get-Well-Ballon ist. So, das ist hier ab und gut. Die Familie haben sie knapp vor einer Stunde verpasst, sozusagen, die werden am nächsten Morgen wiederkommen. Perfekt. Warum fasziniert sie Schlafen so sehr? Nun, weil es und da drehst du zu Charlie tatsächlich die Hälfte unseres Lebens einnimmt. Kleiner Freund. Das, ich finde, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Die Hälfte? Ich dachte, ein Drittel. Mache ich das falsch? Kommt drauf an. Wie, 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 wie schlafen Sie? So acht Stunden? Steuerunterlagen? Woher wissen Sie das? Shit, 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 shit. Okay, IRS, ich hab's! Der ganze, der ganze, ich hab's nur um sie. Was war denn? Ihr wahrgewordener Albtraum? Der Duck.